Es geht wieder über 2.000 Meter, wir haben hier 10 Pferde am Start. Programm Nummer 1, Chapter 1, Michael Lynch, die 2, Moore Junction und Robin Botts, die 3 folgt, Firelane, Ralf Opoli, da geht es mit Teil 5, Gently Boko, Japp von Rhein, die 6, Hurricane Bassobe wird von Jochen Holz zugefahren, dann beachten Sie bitte in den Fahrerwechsel bei der 6, Hurricane Bassobe mit Jochen Holzschuh, dann die 7, Sjors, Roland Hülskals, die 4, Eisel, Rob de Vliera, Tag Nummer 8, dann Hotspot, Erwin Botts, die 9 Missmarrer mit Andre Backer und die 10, Glyver Bros, Dion Tesla. Schönein. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Es geht gleich am 500-Meter-Posten vorbei und dann warten wir auf die erste Zwischenzeit. 1.11.8 lautet sie. Hurricane Bosso ist trauen. Hurricane Bosso führt seit Chapter 1. Zwei Längen zurück, dann Firelane vor Innenborg Junction. Außen Gliwab Ross. Dann Gently Boko mit außen Hotspot. Dann auf die Seite reißen. Miss Barra mit der Haltung fährt. Ich glaube, es wird auch den Startgeber wieder abgeschüttet. Eine Sorte noch zurückzulegen. Den vorhin habe ich jetzt deutlich gekostet worden. An der Spitze von Hurricane Bosso nach der doch sehr, sehr flotten Eröffnung. Chapter 1 bleibt zweiter. Außen kommt Glywab Ross. Das attackiert jetzt allerdings genauso wie in Chapter 1. In der Mitte der Wand Glywab Ross im Vorteil. Hurricane Bosso beginnt. Versucht sich zu wehren. Kommt allerdings nicht weiter. Chapter 1 schlüpft zwischen beiden durch. Außen wird Miss Barra schnell. Chapter 1 Glywab Ross. Miss Barra aus. Chapter 1 geht vorbei. Chapter 1 gewinnt gegen Glywab Ross. Miss Barra. No Junction. Dann auch noch ein Rüpf-Royz vor. Möglicherweise noch Firelays. Oder in der Rüpf-Royz. Und der 14.1 der Rüpf-Royz. Das ist die erste Sorge, die wir hier in den Tiefen heute gesagt haben. Und ich bin ziemlich sicher in der Rüpf-Sicht. Ich bin ganz lieber heute. Denn dieses Spiel bei der ersten Spielplatz im Jahr gleich so einer Art und Weise zu präsentieren. Und dann kann man immer hier fünffache Serien. Schauzumlos hinter sich zu lassen. Das kann man durchaus mal verbunden. Wir haben auch morgen wieder in den Städten. Das Peste kann man mal so machen. Chapter 1. Der dreijährige Donator-Eleber-Sohn. Aus der Zukunft. Schaukirchen. Boah. Der Besitz der Erbe. Gragender und Holzabfelschläge. Beim ersten startet in diesem Jahr. Also gleich siegreich. Der ist Volker. Wir haben vieles und eigentlich alles besuchen heute.